Okay. Dann geht's mal los. Nee. Auf unsere Reise. Welche lang wird, glaube ich. Oh, zwei Schläge. Nicht schlecht. Weil die Entfernung war doch doch beträchtlich. Mal sehen, wie lange wir auf Reisen sein werden. Neben Quest City werden wir mal noch später dann einen nach dem anderen machen. Aber erst dann, sobald wir uns dem Widerstand angeschlossen haben. Hey, da vorne ist ein Pferd. Ich speichere mal vorher. Können wir das nehmen? Oh. Oh. Dietrich, Gold, Eisenschild, Pelz, bla bla. Schön. Hey. Hatte Hü. Das ist aber wirklich nicht allzu schnell. Auch der nicht. Boah, was hatten das jetzt für Flaps-Einsprüche? Was soll denn das? Warum? Ich habe da gar nichts am Laufen. Das gibt's doch nicht. Will wahrscheinlich nicht, dass ich spiele, das Scheißspiel. Huah. Boah, was ist das? Hey, nein, das geht doch nicht. Huah. Spür das. Spür das. Okay, aber. Wir werden wohl doch... Oh, ich muss noch das Schwert zuweisen. Altes Nordschwert, genau. Hey, warte. Ich will dich reiten. So, komm. Weiter geht's. Jetzt gucken wir erstmal. Wo geht's nach Windhelm? Da geht's nach Windhelm. Gut. Weiter. Zum Glück wird's gerade erst Tag. Wir haben auch gesehen, wir müssen wieder einen Berg... Och, Mann, was ist das? Warum? Das ist kacke. Was ist das hier? Macht das was? Ich glaube nicht. Oh, oh. Sind da oben Steine? Nee, ich glaube nicht. Reiten wir mal weiter. Oh. Oh, oh. Ich hör doch. Nee, doch nicht. Okay. Gut, reiten wir weiter. Oh, oh. Bist du wild? Okay, du rennst weg. So, was könnten wir mal jagen gehen? Wegen Futter und so. So, wo muss ich lang? Ah, ich glaube der Hauptstraße weiter. Boah, was ist das? Windhelm. Ich frage mich wirklich, warum das jetzt laggt. 16 haben wir gerade eben gehabt. Hm, wir werden jetzt nochmal einen PC neu starten oder so. Oh, oh. Bandit. Valtheimer Türme. Loll. Ha. Ah, sterb. Du kriegst mein Geld nicht. Wo ist denn der? Ach, da oben. Wow. Moment, wir haben doch auch einen Bogen. Waffen. Okay, das tun wir erstmal noch Favorit hinzufügen. Und den Bogen auch hinzufügen. So. Okay, eigentlich brauchen wir den gar nicht. Wir müssen einfach nur durch die Straße weiter. Ja, und du? Du bist da oben. Ich gehe jetzt hier einfach ganz weiter, ganz normal. Boah, was ist das? Das kannst du ja voll... Äh. Knicken. Obwohl die Grafik sich trotzdem... Oh, Distel. Nehmen wir mit. Oh, ich glaube, einen Berg müssen wir doch überqueren. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Da müssen wir hin. Oh, wir müssen, glaube ich, doch keinen Berg überqueren. Ne, müssen wir, glaube ich, nicht. Oh, gibt es hinten auch noch was? Ach, Gott, ey. Riesige Welt mal wieder. Ah, so. Weiter. Also, wenn es jetzt wirklich noch ein paar Mal kommt hier... Also, einmal, dass wir nur durchgehen, wenn wir jetzt ein zweites Mal... Dann kommt wirklich, wenn ich mal meinen... Blablabla... Blablabla... Mein PC neu starten. Dann müsste er nicht wieder gehen, weil sonst verstehe ich das nicht. Bergblume. Da drüben, irgendwo im Tal müsste Windhelm liegen. Jetzt ist es schon wieder. Wieso? Jetzt sind wir nur... Boah. Habe ich doch was am Laufen? Hier läuft doch nichts. Oh. Keine Netzwerkverbindungen. Ach, das könnte sein. Steam spinnt rum. Ah, gut. Da haben wir es gefunden. Okay. Dann werde ich immer noch... Ah. Ah. Ich wollte echt den Fluss überqueren, aber da hinten gibt es ja nichts. Wollte wenigstens noch bis zu einer Brücke laufen. Kommt ja so schnell noch keiner. Ist immer noch weg. Warum? Oh, Mann. Jetzt müssen wir Steam wieder durch die Rechnung machen. In der Striche. Ja, du Scheiße. Steam. Ja. Was haben wir hier? Was ist denn jetzt da? Ich brauche eine Spitzhacke. Ah, ja. Da kann man doch was schlöfen. Das ist schön. Und es... Lelelelele... Leckert. Deswegen Steam. Ey. Sowas können wir mal hier angehen, bevor wir aufhören. Äh. Bogen? Oder müssen wir nur die Pfeile auswählen? Nee. Ja. Kaiserlicher Bogen. Zack. So. Mutz, 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 mutz. Mutz, mutz, mutz. Ihr trinkt doch da. Wo sind die hin? Oh, wir werden sogar getrieben. Das ist ja mal interessant. Ich schwimme nicht? Jetzt schwimme ich. Das ist ja auch mal interessant. Die Strömung treibt einen hier weiter. Oh, da geht es den Berg hoch. Das kann man alles mal erkunden, sobald Fraps wieder läuft. Jetzt wollte ich eigentlich noch so ein Vieh hier jagen. Oh, mal gucken, ob der Pfeil wieder runterkommt. Hui. Kommt der wieder? Hallo? Hallo? Nee. Wahrscheinlich so. So. Oh, sieht das toll aus. Und ganz hohen Bogen. Okay. Windhelm. Äh, Windhelm. Bist du ein Böser oder bist du ein Bauer? Bist du Böse? Wichtige Lieferungen zu erledigen. Keine Zeit für Geplauder. Okay. Ja, wichtige Lieferungen. Dann Rennschlampe. Oh, hier war doch was. Disteln. Disteln. Schön alles einsammeln. Auch die Bergblumen. Disteln. So, ah, Windhelm. Ich glaube, hier oben können wir auch schon rein. Oder? Nee, das ist die Festung Armut. Oh, was willst du? Boah. Du. Dreckige, feige Hexe. Ja. Ich kann das auch. Oh. Nein. Äh, ja. Und Heilung. Hilfe! 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 Nein! Nein! Ja, kriegen wir den jetzt platt, zum langen Rennen, bis wir wieder geheilt sind. Nein, warum kriege ich Magie abgezogen? Bist du Arsch weg? Oh nein! Du dreckiger. Ja, hierher kommst du nicht, wa? Oh oh. Oh oh. Traust du dich nicht mehr her, ha? Heilung. Okay. Ja, guckst du. Okay, geht noch nicht. Ich dachte schon. Wow, 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 wow. Spielen wir jetzt Haschmich, oder was? Ah, komm. Und jetzt? Bamsen! Ähm, Bamsen? Komm! Gut. Meine Güte, das war... Oh, lege, lege, lege. Kerzenschein. Erschafft für 60 Sekunden eine schwebende Lichtquelle. Okay. Schwarze Magierrobe. Magiker regeneriert sich 50% schneller. Ja, das ist toll, aber das hat halt keine Rüstung, ne? Ja. So. Gut, Freunde. Ähm. Wie gesagt, dass es wegen Steam wahrscheinlich nur sein kann, weil es hier... Ich weiß nicht, warum das auf einem Offline-Modus ist. Wahrscheinlich wieder ein Update. Ähm. Sag ich mal. Ja, okay. Es wird... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist jetzt nur eine Reisefolge. Ihr seht schon, wie das hat er denn wieder. Das kann man knicken. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Leck frei. Wenn Steam auch wieder funzt. Schau euch das an, das Wasser. Das... Nee. Das... Okay. Naja. Naja. Bis später. Tschüss. So. Willkommen bei Cooper Gaming. Hier ist Madin. Und wir... Ich sag jetzt am Anfang erstmal versuchen, das Let's Play vorzuführen. Weil letztes Mal... Weil letztes Mal... War ja Steam offline. Es ist online. Äh. Äh. Warum? Ach so. Ah ja. Gut. Aber dass mich nicht jeder nervt. Machen wir einfach hier mal beschäftigt. So. Gut. Schauen wir mal. Jetzt müsste es eigentlich wieder ohne Legs Funktion nobeln. Wir haben uns ja noch letztes Mal diesen tollen Kampf mit dem Magier. Oh. Ein Viech. Ein Viech. Schu. Boah. Sogar getroffen. Schu. Bleib. Oh nein. Warum fängt das jetzt schon wieder an? Ich weiß nicht warum. Sollte ich doch mal zurückstellen. Die Grafik ein bisschen. Ich hab ja voll eine Auflösung hier. Komm schon. Na gut. Dann nicht. Ähm. Wir steigen wieder mal so um. Und auf die Grafik. So. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ach so ja. Nach Weißlauf. Ne. Nach Windhelm. Genau. In die Richtung. Gut. Gehen wir da mal hin. Hm. Ja. Dann wäre ich wohl doch ein bisschen zurückdrehen müssen. Nicht als auf Ultra. Sondern auf Hochstellen. Ich weiß gar nicht wie die Einstellungen da sind. Ich hab's nur ganz hoch gestellt. Das weiß ich noch. Äh. Ja. Ohne Fraps läuft es ja auch flüssig. Muss ich ja mal sagen. Nun ja. Versuchen wir mal nach Windhelm zu kommen. Oh. Mutz. 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 Oh. Ihr seid zu schnell. Na gut. Oh. Das sieht wieder kälter aus. Wenn wir in die Gegend hier jetzt reingehen. Windhelm dürfte ja nicht mehr weit sein. Gucken wir mal. Aktuelle Stadt. Ja. Dürfte nicht mehr weit sein. Das ist nur ein ganzes Stückchen. Ach. Die scheiß Festung hier. Die kann mich mal. So. Finden wir denn noch wildes Getier. Oder Banditos. Jemand verschla... Oh. Davon. Oh. Ne. Nicht Kuh. Ne. Auch nicht so. So. Ha. Ha. Oh. Man kann aber nicht im Sprung angreifen. Okay. Vielleicht sind es auch Wachen. Aber jetzt ist es nebelig. Hm. Oder? Was sind das für welche? Sind die böse? Hallo? Rechter von Stendara. Na gut. Dann nicht. Nur ein kleines Dörfchen. Oder nur ein Bauernhaus. Hm. Who knows? Okay. Weiter. Oh. Hier war ein Blum. Hier war ein Blum! So. Und hier auch. Wer weiß, wozu man die mal braucht. Oh. Okay. Wir schaffen es noch einmal einzulegen. Hey. Warum rennst du denn weg? Bisschen runter zählen. Ja. Wir haben unseren ersten Hirsch erlegt. Oder was das ist? Durchs... Ach. Ziege. Ziegenbein. Oh. Lecker. Ich muss wieder reinkommen. So. Und weiter. Da habe ich doch was gesehen. Oder sind das nur Ziegen? Nein. Komm her, du Wolf. Komm her, du... Ah. Leg dich mit einem an, der deiner swödig ist. Ja. Ja.